Ja, nein, das stimmt ja. Oh, der hat bestimmt gar keine, der hat ein Musikmobil wieder eingebaut. Oberon? Ja? Ist das die Fingerluven drin, die schon mal auf dem Spall sind? Ich habe da Seismic drin. Und dann erweitert die Sensor ein. Ja, einmal von allem los. Hast du also einen Rühschlag auf, oder? Hast du einen Rühschlag auf, oder? Wer? Hast du einen Rühschlag auf, Oberon? Nein, da passt nichts mehr rein. Ach, oder? So. Na gut, dass er aus dem Rühschlag nicht spielt. Aber ich habe heute auch ein einziger Modell in der Spielen. So, jetzt in den Impuls. Hm. Ah. Da ist der jetzt Platz. Und dann die jetzt. Wir probieren vielleicht erstmal die Neuen aus. Ja. Ja. Da ist das viel, welche Neuen? Was weiß ich mit Neuen? Zwei neue Module mit dem letzten Patchen. Echt? Habe ich nicht gelesen, das weiß ich nicht. Was? Also Werkstatt, irgendwie 10% schneller. Und Anti-Shake-Root-Hool, 33%. Wie, das finde ich nicht mehr so gut. Das sind ja 8-8-1-Shakes oder was? Genau. Natürlich. 32%. 32% weniger Tippe. Eigentlich ja, ne? Da läuft dann nicht da noch raus. Ja, ja. Also ich spiel auf links, über Kappa. Eckverknochen. Da läuft der schon ein Scout. Ja, ja, da ist noch ein Screen. Da ist noch ein Stück da. Ich mach mich. Keiner hoch. Ich hab wirklich später, dann kannst du von oben. Da können wir es vielleicht später, da kann ich nicht rum. Keiner wird. Dann brille ich den. Oh, da ist er eine Kappa. Da auch ein Kappa. Da haben Brücke ist ja auch ja. Ja, ja. Hintergefallen nicht die Eine AK-20 irgendwie kostet nicht gerne Luftflügung gescheit. Da hat man die Seite quasi auch. Da kommen einige da links. Wo ist der Streak da, der blöde komische Streak? Die können auch mal in den Heimländern da kommen, weil von rechts kommen einige. Oh Scheiße. Da bin ich jetzt mit dem Lücken drin. Jetzt bin ich im Arsch. Ich hab hier einen Atlas und sonstige Zugang. Ich bin tot, ich stehe zwischen 3 Sternen. Ich glaube ich bin jetzt noch die Pfeile abgestraubt. Ja, ich hab ihn getötet wie geile Stratzener. Wie cool. Wie geil ey. Zwischen 3,4 Metz und das 4. noch 3. Wie viele Sachen enden. Ich bin in meinem Atlas-Jahr positioniert gewesen. Er macht den Atlas-Verbücher vor. Er ist so schön gemein. Na ja. Von dem zu weg. Oh mein Gott. Das war ja hier ein Schlachtfest. Das war's, absolut. Das ist der Roger. Der ist in der judgingracker als die riesen Rassen draußen. Ah, ich bin gespannt. Und jetzt rein rum Werden wir jetzt weg Also Ah Geht Wir haben so geil fette Punkte da oben Da gibt es auch eine Medaille für Für so einen Unterschied oder so Ja Ja und wir haben dann nicht die Punkte gewonnen Ja ein 200, 300, 400 und 600 Ich glaube Soja